Musik 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 Gehen wir heim? Gehen wir heim? Ja, das ist gut! Bravo! So! Und wei! Musik Musik Und wei! Das ist Vidor, mein Blinderhund Ich habe ihn seit 5 Jahren und er führt mich hier durch Padre Gatz und das ist eine ganz grosse Hilfe für mich und passere Wei! Um die Mittagszeit muss Vidor Alba arbeiten, wenn ich nach Hause gehe und arbeiten heisst für ihn, wenn ich ihm das Gestältchen ansehen heisst das, dass er dann arbeiten muss und für mich ist es gerade beim Fussgängerstreifer wichtig, dass er mich an den Fussgängerstreifen angeben kann Also er kehrt sich dann 90 Grad dort wo ich über die Strasse gehen und dann wei! Hier ist der Fussgängerstreifer Er haltet auch an Er kann aber nicht sagen, wenn es Verkehr hat oder nicht, dann muss ich meine Ohren dafür ich brauche und bevor ich wieder auf das Trottwarr komme haltet ihr wieder an damit ich weiss, dass ich wieder das Bein lüpfen muss Und wei! Tempo! Bravo! Ich spreche mit Vidor Italienisch weil das die offizielle Feuerhundsprache ist in der Schweiz Wieso Italienisch? Italienisch hat viele Vokale und zweitens ist es wichtig dass es eine andere Sprache ist als die anderen Leute reden damit niemand in den Weg kommt und etwas hinein spricht Komm wei! Tempo! Passare! Komm wei! Tempo! Also scheinbar einfacher Weg ist für uns manchmal schon schwierig weil dann hat es Baustellen und das ist sehr gut beim Vidor beim Stock wäre einfach reingelaufen und den Vidor haltet vorne daran an und gibt mir auch einen Ausweg den ich rundherum laufen kann Bravo! So, resten! Hallo! Hallo! So! Wie soll machst Du? Seht? Seht! Halt! Poster! Poster!